Greif mich hier aus dem dicker Stein. Aufstehen. Alles hin, aufstehen. Ich beobachte nur durch den Fuchsen unten. Dass der uns hier nicht... Ich war den kurz vor Jahren. Ich bin ja auch in den kurz. Und dann rennen wir gegen den Durm. Er ist im Gebüsch. Das gefällt mir nicht. Vorsicht. Er ist noch mal aufstehen. Er ist noch drüben das Gebüsch reingerannt. Hier ist er rein. Was war das? Unten ist eine Maus. Wo ist der Fuchs? Oh, es wird schon ein bisschen gefährlich hier. Kommen die noch alle mit? Ja, okay. Unten gibt es viel zu essen. Kommen die noch aufstehen. Okay. Nehmen Sie sich das dann doch. So, der Fuchs ist definitiv weg. Ja, sieht so aus. Guck, da würde ich sagen. Gehen wir hier weiter. Die Musik wird gerade anders. Wo ist der... wo ist eigentlich... Die Sterne sind weg, ne? Ist jetzt Tag. Sollten wir uns jetzt eine Höhle suchen. Es ist schwierig. Ne, ich stehe noch die Sterne. Die Sterne bewegen sich, ne? Also wird es wahrscheinlich durchweg jetzt nachts sein. Drei, vier, fünf. Alles. Okay. Und noch fünf kleine Pipis. Oh, was ist das denn mit diesem Baum? Oh nein. Wie gemein. Nein, ich will nicht. Nein, nein. Ich will nicht. Nein, nein. Oh, nö. Och, nö, nö, nö. Och, nö. Wir müssen bestimmt mit so einem großen Baum dahinten, ne? Das ist unser Ziel. Der ist mit der Vogel. Ich will den mal sehen. Er fliegt zu hoch. Ich seh den nicht. Okay, wir sehen den Schatten. Hier rein, hier rein, hier rein, hier rein, hier rein, hier rein. Geh. Geh weg. Oh mein. Wo ist hinten das? Nee, er fliegt da mal wieder direkt ins Tür. Am besten, wenn er dort dort ist, ne? Kommt rein! Ist er hier oben drauf gelandet gerade? Jetzt! Schnell! 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 Ah, guck mal hier kann man langlaufen. Oh Gott sei Dank! Wir nutzen das Gras so lang wie möglich aus. Ich bin froh, dass... Wir müssen jetzt mal auf Essen achten oder so. Das wäre schon lustig. Nicht draus gehen. Ich muss sagen, wir laufen außen rum, ne? Das ist nicht aus der Möglichkeit, denke ich. Ich hoffe, jetzt sind noch alle da. Ich seh sie da aber gerade, ne? Ne, ich seh nur einen. Was? Na, ist alles okay. Wir dürfen nur nicht rausgehen. Nur nicht rausgehen. Oh, da unten ist wieder eine kleine Stücke. Oh, da schaffen wir das Stücke jetzt gleich. Das sollte man echt gut schaffen. Ich gucke. Ich gucke, ich gucke. Was? Stopp. Ich flieg da. Jetzt. Hahaha. Ich hoffe, es sind noch alle da, ey. Ich seh sie doch nicht, die Doppelkamer. Oh, genau. Oh, wie der uns verfolgt. Gerade hat er es ja irgendwie schnell geschnappt. Hier kommen wir ganz gut rüber, denke ich, oder? Oh, das ist weit. Oh, das ist weit. Oh, das ist weit. Oh, das ist weit. Das ist weit. Oh, das ist weit. Oh, das ist weit. Oh, das ist weit. Oh, das fliegt eine schöne große Runde. Ich weiß nicht, wenn er dort hinten ist. Bei den Paisen. Versuchen wir es. Jetzt. Lauf, 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 lauf. Lauf! Alter! Hahaha! Fail! Lass ab. Oh, die Davies kippen sich nicht. Jetzt ist bloß in Ruhe. Bau ab. Sei leise. Pssst. Komm schon. Oh, ich so ein Tottenlüber, ne? Ja. Oh, komm, ich so fast mein Baum. Ich hoffe das euer Zielwohn wo hin soll. Nicht rausgehen, Leute, wahnsinnig. Jetzt, komm, schnell. Oh, Gott sei Dank. Kann ich irgendwie abspeichern? Ich mach mal kurz. Bitte. Das ist so böse. Ich weiß ja nicht, wie schnell er auf der Stelle umdrehen kann. Ich weiß ja nicht, wie das... Wo fliegt er lang? Jetzt. Schnell, 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 schnell. Ich hoffe, wir haben es jetzt geschafft. Die werden den Spießler bestimmt nicht durchkommen. Hoffe ich zumindest. Nein, er hat abgelassen. Oh, er hat abgelassen. Er hat abgelassen. Alle noch da? Ja, sind alle noch da. Ach, schön. Ach, wie schön. Allen geht's gut. Komm, komm, schnell. Wir müssen zu diesem Baum hier. Ist das unser Winterversteck oder was? Nein! Bitte, was? Jetzt ist Rischnacht. Oh Gott. Wir folgen dem kleinen Fluss, würde ich sagen. Auf gut Glück. Wieso rennen die Kleinen? Was war das gerade? Bitte, was geht hier ab? Oh, oh, bitte. Frosch. Okay, ist neben den Frosch. Kommt, kommt, kommt. Die dürfen vielleicht nicht aus dem Lichtkreis raus. Aber was war das hinter uns? Da hat es irgendwie richtig laut geknackt. Aber folgt uns hier etwa etwas? Die Babys sind ja auch gleich voll abgerannt. Sind ja gleich weggerannt. Ganz schnell. Bleibt hier. Nicht wegrennen. Das knackst du mal. Das ist normal. Oh, hier können wir uns verstecken. Kommt. Oh, wo muss ich denn lagen? Wir warten kurz, bis ich es aufgegessen habe. Die Musik ist auch total näher. Folgt uns hier etwa gerade irgendwas? Na ja, Frosch, du kannst. Ich kann ja erst hüpfen, wo du willst. Nein. Nicht wegrennen. Keine Angst, wir müssen da hoch. Bleib schön bei mir. Alles okay. Hier sind wir so ein Feiger oder so, kommt. Weil das sehen wir ja auch gerade nicht. Wo lang? Ist auch mal nach oben. Die erschrecken sich vor den Knacksen immer wieder. Okay, komm. Ist auf. Komm schon. Ich habe genauso Angst wie ihr. Klapp mir. Ja. Gemeinheit. Ist gut, 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 kommt, 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 ist alles okay. Alles okay. Ich denke, wir müssen hier lang. Ich habe keine Ahnung. Ich laufe hier auch immer nur so. Deine Nase noch. Ich hoffe, dass es ist okay, so wie wir das hier machen. ist das eine Sackgasse? Nein, da geht es weiter, oder? Ich bitte auch, dass es weitergeht. Da wäre was zu essen gewesen. Also ich werde versuchen, uns immer den Flüsse irgendwie zu folgen. Ich hoffe, das ist so richtig. Ja, es wird klar, dass die jetzt wieder zurückrennen. Ist gut, ist gut, ist gut. Kommt her, kommt her, kommt, kommt. Ist alles okay. Ich darf mir gleich ja nicht erst den Lichtradius rausrennen. Ja, ist das gemein. Ich glaube, wir hätten es geschafft, so ein kleines, schönes Spiel, weißt du? Mein Herz, nein, es ist dunkel. Müssten wir uns ja eigentlich unseren Bau jetzt verkriechen, oder? Hey, wo? Nein! Nein, was? Warum? Warte. Ich brauche irgendwo was zu essen. Was ist denn jetzt los? Was? Was? Was war das jetzt? Ich wollte nochmal zurück, um was zu essen fürs Kleine zu holen. Das lag gerade hier. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Wo ist es hin? Hätte ich nur das zu essen von uns mitgenommen, ey. Ach, guck mal, die haben unterschiedliche Helligkeitsstufen, sag ich mal. Ah, daran erkenne ich wohl, wer jetzt was zu essen braucht. Okay, okay. Hier hin ist was zu essen. Komm mal mit, komm mit. Hey. Ihr müsst aber was essen. Doch, ihr müsst. Esst jetzt. Ich kann es leider nicht ablegen. Also geht es wahrscheinlich jetzt nicht ums Essen, sondern ums Tempo. Vermute ich jetzt mal dabei. Ich kann nicht. Ich kann es nicht mehr ablegen. Ich habe was zu essen. Ich kann es nicht ablegen. Es tut mir leid. Hier. Esst jetzt. Ich kann es nicht ablegen. Ich kann es nicht machen. Ich kann es aber nicht mehr ablegen. Es geht nicht. Hm? Oh, was war das gerade? War das gerade ein Wolf? Oder was war das gerade? Der Geräusch von... Habe ich ja so auch gehört, oder? Das Geräusch von uns. Ja, hier. Ich kann leider nichts machen. Ich kann es nicht ablegen. Ich kann nichts mehr damit machen. Vielleicht geht es nur darum, irgendwie schnell zu sein. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber eh, es wird heller. Nein, 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 nein. Seid ihr wahnsinnig. Kommt euch. Halt auf damit. Ich beschütze euch schon, soweit ich kann. Wenn ihr mich auch was auf mich standen, rennt. Nächstes Loch, wartet ab. Wenn es Tag ist, kann ihr wieder rauskommen. Das war jetzt ein Problem, wenn es jetzt... Ich gehe mal hier mit der Kamera ein Stück zurück. Wenn es jetzt hier knackt, sehe ich nicht, wo die hinrennen, die Kleinen. Ich gehe mal lieber hier raus. Das Gute ist, die rennen wenigstens alle immer in eine Richtung. Nee, irgendwie... Eher in eine Richtung. Also, das wäre echt mies. Oh, was ist jetzt da? Loading. Roter Regen? Oder wie? Oder was? Stor. Wow. Okay, das muss zu essen. Okay. Boah, das ist doch so... So lang geht. Das hätte ich echt nicht gedacht. Jetzt ist die Musik mir jetzt nicht mehr ganz so schlau als ein Affenbaum, nehme ich einfach. Eben geht es nicht weiter. Da oben ist auch was zu essen. Hier ist noch eine Maus. Halt, ich rede euch auf. Jetzt essen sie auch wieder auch vorne im Wald. Das ging wahrscheinlich nicht. Ich hätte wahrscheinlich einfach noch schnell machen müssen können. Mist. Hätte ich das gewusst. Ich wusste es ja auch nicht. Aber das hat wahrscheinlich der Wolf geschnappt also wieder wieder. Dann kommen wir nicht durch. Ach nee. Oh Gott. Oh Gott. Bitte nicht. Geht mir nicht so nah. Das war so, bitte. Oh, die brauchen wir nicht. Krass. Okay, wir müssen also auf die... Ich fahre jetzt mal, bis es durchrauscht. Dann versuchen wir erholen zum Glück. Komm schnell, komm schnell. Raus, ich mache es. Raus, ich mache es. Okay, die Füchse hauen ab. Oh, wir haben es geschafft. Zwei Füchse, vor allem. Ich sehe leider euch zwei hier nicht. Ich gebe dir halt auch mal was. Füchse lücken auch in die Richtung. Das gefällt mir gar nicht. Das ist eigentlich alles okay. Jetzt haben sie sich getrennt. Inner ist links rein.